Der Ball ist rund und die Erde ist im Dorf, die Welt passt ins Stadion. Und wer ist der Chef vom Stadion? Ich. Du passiert so viel in letzter Zeit, ne? Mann, Mann, da fragt man sich doch schon mal, ob man will oder nicht, fragt man sich praktisch automatisch Sachen, die hinter dem Horizont, also wenn er so will, auf der Rückseite des Balls, da wo, wenn ihr ihm jetzt nicht ordentlich Effet mitgegeben habt, ewige Nacht, also Totalverdunkelung. Aber ich will jetzt hier nicht zu tief in eine Philosophie reingrätschen, weil ich will mental jetzt auch keinen überfordern, ne? Zu viel Information ist ja vielleicht manchmal gut gemeint, hat aber oft das Gegenteil. Nur mal so als Beispiel. Wir hatten hier letzte Saison einen Trainer, den habe ich nach acht Niederlagen in Folge mal höflich gefragt, wieso es mit der Mannschaft nicht so läuft. Dann hat der so einen Garagentor großen Flachschirm mit PowerPoint aufgebaut und erzählt, es wird super laufen. Ich hätte da was falsch verstanden und dann hat er mir einen Nachmittag lang in 3D die ballorientierte Raumdeckung und die tiefe Raute mit der flexiblen Doppelsechs und das vertikale Verschieben mit hoch ansetzendem offensiven Pressing erklärt und dass die Mannschaft das ansatzweise schon ganz gut umgesetzt hätte. Hör mal, danach habe ich original vier Wochen Burnout genommen, aber vorher habe ich ihn noch schnell entlassen. Wir sind dann knapp nicht abgestiegen. Was ich damit sagen will ist, wenn zu viel auf einmal in dich reingeredet wird, dann machst du den Kopf zu. Das ist praktisch biologische Notwehr, ne? Aber andersrum ist immer nur den Kopf zumachen noch ungesunder. Da ist die Verblödung vorprogrammiert. Das ist im Sport nicht anders wie im richtigen Leben. Kuba. Momentan passiert so viel wirklich Schreckliches in der Welt. Da müsste man jetzt eigentlich richtig viel drüber nachdenken. Aber womit? Die Köppe sind voll, passt nichts mehr rein, sind wohl schon zu viele andere Katastrophen drin. Ein toter Eisbär im Berliner Zoo, ein 180-Jähriger, der nicht mit der holländischen Königin Abend essen darf. Vor allen Dingen aber irgend so eine deutsche 3,5-Prozent-Partei, die ihren Vorsitzenden austauscht. Ist das jetzt wirklich wichtig oder ist das schon die Verblödung? Naja, kannst ja in der nächsten Halbzeitpause jetzt mal eine Viertelstunde drüber nachdenken. Viertelstunde schaffst du schon. Glück auf! Glück auf! Vielen Dank.